Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Biggerhofen Oldstreams mit dem Ducky, mit dem Schweizer und dem Patti. Hallo. 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 So, ja, so sieht das besser aus. Ein wilder Schweizer, Hilfe, Hilfe. Da tut nichts, da will ich spielen. Bin ich hier so ein bisschen berückt. Also ich, jetzt warte mal, eine andere Frage. Die Oldstreams Farm, ne? Ja. Ist das nicht ein englischer Nachbar? Ja, das ist alles ein bisschen ein zusammengewürfelt. Ja, denn es ist jetzt in dem 22er ist es eher so französisch angehaucht, mit deutschen Urteingangsschildern, warum auch nicht. Wir haben ja auch normalen Rechtsverkehr, ne? Ja, ist normaler Rechtsverkehr, also es ist eigentlich französisch angehaucht. Aber man kann sie halt auch als die deutsche Karte nehmen, wenn es die kleine Karte, je nachdem wie man es spielen möchte. Macht das einen Unterschied in der Spielweise, ob es ein französischer oder ein deutscher ist? Nicht wirklich. Fürs Ego vielleicht. Ich habe heute schon meine Pflicht als Bürger wahrgenommen. Ich war wählen. Ich habe schon Steuern gezahlt. Gar kein Bock. Ich war am Strand. Du warst am Strand? Ja. Was gibt es da? Wasserfisch. Ich habe gedacht, du hast jetzt Sand. Sand und Strandkürbe. Ne, Strandkürbe standen da jetzt nicht. Neun Grad nur. Sehr kalt noch. Sehr kalt. Wir haben sieben und die Leute laufen mit T-Shirt draußen rum. Ja. Sag mal, Daki, willst du mal den Stau da vorne auflösen? Ne. Okay. Nicht meine Aufgabe. Nicht meine Baustelle. Ne. Hier wurde aber auch hässlich gemäht. Meine Güte. Wer das wohl war. Ich weiß es auch nicht. Immer dieses Personal. Mhm. War schwierig, heute gut so das Personal zu finden. Findest du nicht mehr. Ein Fiat macht sich ganz gut bisher, muss ich sagen. Ich bin, habe es bis jetzt nicht bereut. Bisschen laut ist aber. Ja. Wie gesagt, auch nicht dramatisch. Ich hatte, als ich gemäht hatte, hatte ich gedacht, so ein paar PS mehr hätte er vielleicht gebrauchen können. Wer auch war das manchmal so. Wenn man Schweizer wem willst, dann nicht was beweisen. Ich bin mir selbst. Okay, gut. Ja, schon wieder. Bye, bye. Was an dem, was an dem Spiel wirklich fehlt, sind so Düfte, ne? Allein wenn du Heum machst, ist dieser Düfte in der Luft hängt, ey. Dann holt ihr doch ein Raumspray. Ja, je nachdem, was ich mache, hole ich mir ein Raumspray oder was? Natürlich, natürlich. Wenn du die Gülle ausbringst, na dann. Erstmal, dass du das ja mit der Kacke aufmachen. Richtig. Ich bin ja ganz froh, dass es noch keine Duftübertragung gibt. Irgendwie wäre das schon geile. Ich habe es das nicht mal so, also, ab wie schätzt. Tatsächlich ja, aber ich glaube, sie haben es mal wirklich gemacht. Ja. Es war so ein paar Düfte-Konsten, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich glaube, ich habe sie ein Gerät davon gemacht. Schweizer hier liegt ein Bein im Weg. Was ist die Vorgewende noch? Jetzt hast du aber den ganzen Mut zusammengenommen, um das zu sein. Ein Tindeladefahrer, ne? Der will es ja nicht anbrüllen. Das ist mal, wenn du den Ballenspieß dran hast, ne? Ja. Könnte... ...komisch enden. Was haben wir denn eigentlich mit dem Feld 59? Da steht der Baumwolle drauf. Soll ich das gleich mit niederwalzen? Ich denke nicht, dass der Baumwolle ernten werden. Nee. Ich wäre für niederwalzen. Sagen die anderen. Ja, niederwalzen. Hast du mal geguckt, was das Gerät kostet? Wir können es ja nicht mieten. Die andere Frage wäre natürlich immer noch die Zuckerrüben vor unserer Tür, ne? Ja. Da war doch auch was. Die Kommentarmeinungen waren da sehr gespalten. Ja. Was machen wir denn draus aus der gespaltenen Kommentarmeinungen? Also ich glaube, theoretisch, wenn wir die Missionen hätten, könnten wir uns die Gerätschaften sogar leisten. Das Gute daran, um da jetzt was Gutes daran zu finden, wir können halt weitere Missionen mit den Gerätschaften machen. Oder, wenn wir die Schweine, wenn wir doch Schweine machen sollten, hätten, sollten, könnten, dürften, äh, brauchen wir das Gerät so oder so. Genau, kann man das dann machen. Für Korin. Der Gezogene kostet ja nur 100.000, ne? Ja, ja, ja. Nur 124, ne? Das muss auch erstmal alles erwirtschaftet werden. Ja, aber jetzt im Gegensatz zu einem Wallerinter, meine ich. Ja, ja. Wie viel PS braucht das Ding? Boah, das kann ein Problem werden, ne? Ja, 185. Geht. Ich glaube, 180 hat Darkie. Du hast auch 180. Ja. Das müsste machbar sein. Wir können halt nicht Krautschläger und Ernte direkt zusammenfahren. Das ist ja egal. Zumal es ja sowieso vorm Hof ist, können wir das ja gleich separat machen. Also ich würde es tatsächlich machen, um nicht alles zu verneinen. Weil wir schon die Baumwolle so ein bisschen verneint haben, würde ich das schon machen. Sind die denn dieses Jahr noch erntereif? Ja. Ja, müssen sie ja. September, Oktober? Oktober. Wir können ja noch ein bisschen warten mit dem Kaufen. Vielleicht ist er da ja noch was im Angebot. Achso, ja. Die Hoffnung stirbt er zuletzt. Was haben wir denn aktuell im Angebot? Nein, den darfst du nicht haben. Ja, ich weiß. Das ist ein Verbot. Ich weiß. Warum bin ich ja nicht der Einzige, der immer Verbote bekommt? Weil du immer den 10.50 haben möchtest. Ich fühle mich immer ausgeschlossen. Ist euch egal, ich weiß. Muss man Alternativen zum 10.50 suchen? 9.42 10.38 10.50 10.50 10.50 Ja Der 9.30er, also hier ein 900er Vario, könnte man eventuell, aber so weit sind wir noch nicht. Weit noch nicht. Ne, 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 ne. Ich sehe mich ja dabei in einem Favorit 900er, wenn es dann so eine gibt. Wenn er wiederkommt, ja, da sehe ich mich ja auch bei dem 900er Vario. Ne, ihr habt ihr Verbot. Nie. So, schönes Gefühl, ne? Das wird ignoriert. Achso. Du ignorierst uns doch dann damit auch jedes Mal. Ne, das stimmt ja gar nicht. Mhm. Die FV hat es doch auch Verbot gehabt. Ja, die FV, ne. Da hat er ja nicht, da hat er ja nicht einen 10.50 gekauft, ne? Mhm. Ah, dafür hat er drei MS-8S, das ist auch schön anzusehen. Na, siehste. Das ist auch ein schöner Schlepper. Geht. Ach du. Was ist die Lieblingsmarke vom Schweizer? Das, was fährt. Was? Unterschiedlich. Je nach Mod. Je nach Mod. Also Standard nimmst du gar nichts, sagst du? Oh, keine Ahnung. So, direkte Lieblingsmarke habe ich nicht. Okay. Hier rennt ein Reh. Geh weg. Lass das Reh doch leben. Jetzt mache ich regulär, schaust du dir. Ach, nee. Aber warum denn? Schmeckt. Soll ich euch nicht sagen, dass ich gerade vom Griechen komme? Schön mit ZZ, ja? Nö. Schön Gyrospfanne. Naja, da gehört aber ZZ dazu. Nee, haben sie nicht serviert. Wie? Zu dem Griechen würde ich nicht mehr gehen. Aber ein Uzo dazu. Ja, davor und danach, Alter. Naja. Ui, ey. Was heißt? Direkt. Aber hier riecht es aber auch schon ganz gut. Ja, das habe ich noch nicht ganz verstanden, was du machst, aber es ist okay. Irgendwas mit Rüben. Rüben-Muss. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so ein norddeutsches Essen einfach ist. Ja, hundertprozentig. Also Rüben bekommen bei uns die Schweine. Und die Zuckerfabrik. Auch das. Ja, Zuckerrüben vielleicht, aber das sind ja Steckrüben. Also eine Steckrübe. Achso. Schweizer, das ist ein Teleskop-Latter-Ganz, ne? Jus. Rettet ihr rum, ey. Aber sagst du, war eine gute Idee, Steckrüben? Ehrlich? Aber liegt hier auch noch... Achso, die Schweizer hat schon den Wagen geholt. Will ich wieder was mit nach Hause nehmen. Mhm. Guck mal, da schaffen wir das raus, was wir gesagt haben. Die Woche, dass die Missionen abschließen. Und zwei Beine noch. Das ist für uns. Das ist fertig. Ja, das sind so zehn Stück, bleib übrig, mindestens. Ja, schön für die Kühe. Achso, ich wollte es 9000 Liter ballen. Wie lol. So, ein Verkehr hier auf dem Feld. Wahnsinn, ne? Mhm. Aber da wird auch viel geschafft und viel, äh, ja, wartet. Ja, alles sind hier, ne? Hat ihn nicht. Ja, wurde ja weg, degradiert. Degradiert? Gewalt. Obwohl ich ihn. Aber da war ich schon drei Fähler durchsatzfertig. Sehr gut. Applaus, Applaus. Schwader fährt nach Hause. Ein Kilometer weit weg, ja, und ich höre dich jetzt, wenn du neben mir fährst. So ist es neben? Ja. Hellig? Okay. So, also sehen wir, dass wir auch mit unseren eigenen Geräten sehr gut arbeiten können. Aber alles richtig gemacht. Ist eine wichtige Erkenntnis. Können wir auf dem Windrad sparen? Bitte? Hm? Was? Windrad. Kein Windrad? Okay. Du wirst du hier nirgendwo bauen können. Ich sehe aber eins hier rum, äh, drehen. Das Stückchen lang kannst du zum Glück nicht kaufen. Wahrscheinlich ein Altbestand. Ist die hier auf der Old City? Bei mir passieren gerade komische Dinge. Warum, ne? Warum? Äh. Oh, der Traktor weg. Nö. Nö. Aber? Richtig aus. Hast du wieder zu lange am Auspuff genuckelt, oder was? Okay. Ich habe jetzt angeblich einen Stub an von der Drive. Mhm. Okay. Hm, nein, hast du nicht. Aber das zeigt sich jetzt an. Okay. Ah, die warst du schon auf der 32? Was, auf der 32? Ja. Na klar. Wie, das sieht nicht so aus. Wie, das sieht nicht so aus. Was, hier rein? Nö. Da habe ich doch den Dings gemacht. Gemulcht. 41 auch schon? Äh. 30, ja. Ne, 41, ja noch nicht. Da liegen ja im langen Jahr noch die Distro-Wände drauf. Lange nicht mehr. Das war ja schon vorgestern, weißt du? Hallo, hallo, hallo. Wo ich da vorhin mit den Wendertranken vorbeigefahren bin, waren da noch die Ballen drauf, ja? Ajo. Ajo. Wer will hier eigentlich wen vor Hohne biebeln? Wer sucht hier auf Stress? Wer will auf die? Ne, egal. Warte mal, ich kann doch auch ganz hinten reinfahren, ne? Na, Alter. Was treibst du schon wieder? Machst du schon wieder alles kaputt? Irgendwer hat den Wendern hingestellt, wo der Schwader hingehört. Ich kriege hier die Pocken. Heiner. Mein Gott. Was denn? Ich bin mit dir. War doch extra gemacht. Aber gerade Platz, ich habe schon wieder Standbild. Aber ich glaube, unser Server fangt sich gerade. Perfekt in der Kurve vom Wasser. Wir sind auch erst mal fertig für heute, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen und fürs dabei sein, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen rum. Und auch bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.